Hallo und Herzlich Willkommen bei BASTUNING. Wir werden heute den Klimakompressor wechseln. Dass man das Ganze ein bisschen leichter sieht und so haben wir jetzt die Fronten schon weggemacht. Das braucht ihr natürlich nicht machen. Wir haben hier eine Klimaleitung und unten drunter haben wir normalerweise auch eine. Die ist allerdings am Frontteil dran. Ihr braucht einfach nur hier die Schraube aufmachen und dann könnt ihr eigentlich schon die beiden Fläche rausziehen. Ich will euch das jetzt kurz zeigen wie das funktioniert. So genau und dann könnt ihr die beiden einfach rausziehen. Ein bisschen zur Seite. Und dann können wir weitermachen. Ihr braucht eine 16er Nuss. Wir haben einmal hier eine Schraube und direkt ca. 10 cm drunter ist nochmal eine Schraube. Moment. Und zwar die hier. Die wird man wahrscheinlich schlecht sehen. Auf jeden Fall lösen wir die und dann könnt ihr den Klimakompressor auch schon raus machen. Aber ich löse die jetzt erstmal. Falls ihr den Keilriemen noch gar nicht gelöst habt. Bei dem Video zur Lichtmaschine haben wir gezeigt wie das mit dem Spanner funktioniert. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Einfach mal nachgucken und dann genau. Bei einigen von euch könnte der Klimakompressor hier ein bisschen fester sein. Wenn das der Fall ist, nehmt ihr einfach ein Schraubenzieher oder ähnliches. Fahrt hier hinten rein und klopft da mit dem Hammer drauf, dass sich die Stücke ein bisschen lösen. Die setzen sich gerne fest. Dann könnt ihr den einfach runterkippen. Und rausziehen. Genau. Das ist der Klimakompressor. Davor natürlich Stecker abmachen. Ist klar soweit. Ansonsten beide Schläuche lösen und das war's. So. Weitere Tutorials in der Videobeschreibung. Wir hoffen unser Video konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung oder eventuell sogar ein Abo da, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Weitere Golf 3 Tutorials findest du auf dem Channel von uns oder in der Videobeschreibung. Falls wir ein Thema noch nicht behandelt haben, was du suchst, sag es uns bitte. Schreib es in die Kommentare. Wir werden es so schnell wie möglich drehen und hochladen. Ansonsten fahrt tief und haut rein. Wählen.